So meine Lieben, wir sind hier im Zürich-Weiland, bei top Wetterbedingungen. Im April war es auch schon, wir sind hier voll in der Setsaison. Und darum sind wir jetzt hier unsere ersten Spätzchen am Setzen, damit sie bis im Herbst auch schön gedeihen können. Ja, wer hat jemand versetzt? Ich habe ja eh den Tummel. Urgesetzen! Das ist geil! Wir sehen hier eine auserlesene Maschinerie, die diese Spätzchen einwandfrei in diesem Damm versorgt.